Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ja, herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast am 17.01.2018. Es ist die achte Folge und wieder begrüßen Sie hier Corinna Budras und Konstantin van Leinten. Ja, und wir sind heute ganz besonders beschwingt, denn es hat sich für uns einige technische Verbesserungen ergeben. Wir sitzen jetzt tatsächlich in einem kleinen Tonstudio, haben Kopfhörer auf und sitzen wie immer vor dem Mikrofon. Es ist alles ein wenig professioneller und macht auch gleich mehr Spaß. Ja, das kommt uns wahnsinnig futuristisch vor. Dieser Podcast marschiert nach vorne, jetzt auch in technischer Hinsicht. Wir posten euch nachher mal ein kleines Foto davon auf Twitter, dann könnt ihr auch mal sehen, wie dieser Raum eigentlich aussieht, in dem wir hier sitzen. Ja, nicht so viel erwarten, aber schon das ist für uns eine ganz große Verbesserung. Wunderbar. Also, es gibt, wir haben oft in den vergangenen Wochen berichtet, dass wir dranbleiben werden an den verschiedenen Themen und tun das auch jetzt. Bei der Scharia-Polizei gab es Neuigkeiten. Genau, da hatten wir in der Folge Nummer drei mal ausführlich drüber gesprochen. Es war damals die Verhandlung am BGH und inzwischen hat der BGH auch ein Urteil gefällt, das so aussieht, dass er die Freisprüche gegen diese Scharia-Polizei-Jungs aufgehoben hat. Und die Sache zurückverwiesen ans Landgericht mit dem Argument, die, also wir gehen jetzt nicht mehr in die Details, was es da alles so zu beherzigen gab, haben wir damals besprochen. Aber der BGH sagt jetzt jedenfalls die Frage, ob diese einschüchternde, militante, bedrohliche Wirkung, die eben vom Uniformverbot sanktioniert wird, ob die hier bestanden hat oder nicht. Das hätte man eben noch konkreter prüfen müssen und auch gerade mit Blick auf die Frage, wie das für die adressierte Gruppe, also für junge Muslime ausgesehen haben muss. Ob die sich nicht vielleicht doch gedacht haben könnten, oh je, da hat sich jetzt aus der muslimischen Community heraus quasi sowas wie eine religiöse Bürgerwehr entwickelt und jetzt geht es uns an den Kragen, wenn wir irgendwie nicht die Scharia befolgen. Das hätte man genauer prüfen müssen, das wird das Landgericht jetzt tun müssen und insofern bleibt uns leider nicht mehr zu sagen, als wir bleiben erneut dran, wenn dann irgendwann mal eine weitere Entscheidung. Kommt aber, soviel jedenfalls zum BGH. Dann noch ein zweiter ganz kurzer Nachtrag, da hatten wir in der letzten Sendung drüber gesprochen, die beiden LuxLeaks-Leaker, die in Revision gegangen sind, Antoine Del Tour und Raphael Allee. Für Raphael Allee ist es bei seiner Verurteilung geblieben, der will jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, ist auch die letzte Instanz, die ihm da potenziell noch helfen könnte. Antoine Del Tours Urteil wurde aufgehoben und ebenfalls zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen, also auch da selber befund. Das Ganze zieht sich noch ein bisschen länger. Soviel zu den versprochenen Nachträgen, dann kommen wir auch gleich zu den Themen der heutigen Folge. Also da wären zunächst mal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Heinz gegen Mainz. Der ehemalige Torwart des FSV, Heinz Müller, hat sich dagegen gewehrt, dass sein Arbeitsvertrag befristet wurde und wir schauen uns mal an, warum er damit letztlich keinen Erfolg gehabt hat. Anschließend geht es um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das vor einer ziemlichen Gretchenfrage gestanden hat, nämlich ob es eigentlich das zulässt oder nicht, dass rumänische Straftäter oder Strafverdächtige nach Rumänien abgeschoben werden. Das ist ein bisschen fraglich, weil die Haftbedingungen in Rumänien alles andere als state of the art sind. So, dann werden wir uns einer Debatte widmen, die jetzt schon seit einigen Monaten tobt, im Grunde genommen, nämlich die Frage, ob es nicht mal wirklich an der Zeit wäre, die Strafbarkeit von Schwarzfahren abzuschaffen und ob das nicht besser in einem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand aufgehoben wäre. Zu guter Letzt haben wir dann erneut einen Gast in der Sendung, das wird diesmal der Journalist Richard Gutjahr sein, der leider, muss man sagen, aus der Innenansicht sehr detailliert beschreiben kann, wie es eigentlich ist, sich einer regelrechten Trollarmee im Netz gegenüber zu sehen und mit Hass überzogen zu werden und der kann dann auch mal berichten, ob sich jetzt eigentlich für ihn durch das Netz-DG etwas geändert hat. Jetzt aber erst mal zum BAG und zu Heinz Müller, liebe Corinna. Richtig, es geht um Fußball und das ist mal wieder ein schönes Beispiel, dass Recht und Fußball ganz schön verbindet und auch für Leute interessant sind, die, wie wir beide jetzt hier, nicht die allergrößten Fußballfans sind. Jedenfalls, Konstantin, du bist als solcher jedenfalls auch nicht in Erscheinung getreten, oder? Nee, ich bin sogar die Schlimmste. Also ich glaube, Fußballfans finden das, was ich mache, am allerschlimmsten, weil ich mich nämlich normalerweise nicht dafür interessiere und dann zur EM und zur WM aber auf einmal zu voller Form auflaufe und also eine Parteinahme. Redest du dann auch etwa mit? Ja, ich schreie mit förmlich. Also ich bin selber immer ganz über mich erstaunt, welche Begeisterung und Parteinahme ich dann auf einmal entwickeln kann. Aber das währt dann eben auch immer nur für die paar Wochen, die so eine EM-WM eben dauert und danach klingt es wieder ab. Richtig und geht mir ja ganz ähnlich und letztendlich ist es natürlich auch ein ziemlich schlüpfriges Parkett, in dem man gut ausrutschen kann. Denn man muss nur einfach einen Fußballklub falsch aussprechen und schon wird einem das wochenlang nachgetragen. Aber wir versuchen es trotzdem, denn dieses Urteil vom Bundesarbeitsgericht ist für viele Leute interessant. Denn wir wollen es jetzt mal zu Anlass nehmen, uns die Befristung von Arbeitsverträgen mal genauer anzugucken. Und davon sind ja immer mehr Leute in Deutschland betroffen. Also vielleicht das Kuriose vorweg, auch Profifußballer sind Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Ja, ganz normale Arbeitnehmer. Richtig, weisungsgebunden, ja, auch keine leitenden Angestellten, obwohl man das von dem Gehalt vielleicht manchmal denken könnte. Aber sie sind eben stinknormale Arbeitnehmer und als solche haben sie auch Rechte wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Und da ist es eben so, dass in Deutschland befristete Arbeitsverträge möglich sind, aber nur in relativ engen Grenzen. Die Arbeitgeber sagen natürlich immer zu enge Grenzen. Und umgekehrt sagt jetzt insbesondere die SPD, aber eben auch Linke und Grüne ist zum Beispiel die sachgrundlose Befristung einfach zu viel. Und die würden sie ganz gerne abgeschafft haben. Allerdings haben die jetzt in Sondierungsgesprächen keine Rolle gespielt, beziehungsweise jedenfalls kam es da nicht zu Ergebnissen. Worum geht es also bei den befristeten Arbeitsverträgen? Mal ganz kurz vorneweg. Also mit einem Sachgrund befristen kann man immer. Das ist zum Beispiel eine Schwangerschaftsvertretung. Absolut, genau. Das ist relativ problemlos möglich. Und hier ging es aber in dem Fall von Heinz Müller um eine sachgrundlose Befristung, ja, also die eben im Profifußball relativ üblich ist. Ich habe bei meinem Kollegen, der wiederum einen, Markus Jung, den Sie ja auch schon von der vergangenen Woche kennen, der hat die Berichterstattung hier für uns bei der FAZ und für Einspruch gemacht. Der ist nun auch ausgewiesener Fußballfan und von dem habe ich gelernt, dass das ganz üblich ist, zwei bis drei Jahre für jüngere Spieler auch mal fünf Jahre. Und Heinz Müller hatte eben auch so einen Vertrag und eine Klausel noch da drin, dass eine Vertragsverlängerung von einem Jahr noch zusätzlich winkt, wenn er denn eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert. Das ist dann ihm im Alter von 34 Jahren irgendwie nicht mehr ganz so gelungen. Er saß dann häufiger auf der Bank. Er hat sich, glaube ich, dann irgendwann auch verletzt. Genau. Danach musste er erst mal zwangsweise aussetzen und wurde dann aber danach nicht mehr eingesetzt. Und dann sollte eben sein Vertrag, glaube ich, Mitte 2014 oder so auslaufen. Und ist das auch? Genau. Und er wurde eben auch nicht mehr verlängert. Und dagegen hatte er geklagt bis hin nach Erfurt, bis zum Bundesarbeitsgericht. Und die haben jetzt nun in dieser Frage ein endgültiges Urteil gefällt. Und zwar haben sie jetzt mal vielleicht dieses Ergebnis vorweg, weil das für viele Fußballverbände und Fußballfans ganz wichtig war, im Grunde genommen diese ganze Praxis abgesegnet, die über Jahre hinweg ziemlich umstritten war. Also haben festgestellt, für den Profisport gibt es eine Ausnahme, die in der Eigenheit der Arbeitsleistung liegt. Also von Profifußballern wird im Wesentlichen erwartet, dass sie Spitzenleistung bringen. Und das kann man nicht über einen langen Zeitraum, jedenfalls nicht für immer. Und deswegen ist es da möglich, diese Befristung zu machen. Das ist jetzt also höchstrichterlich entschieden. Im Übrigen fänden die Fans das ja auch ganz interessant, wenn da personell gelegentlich mal ein bisschen was durchchangiert und nicht wie bei einer Behörde irgendwie die Leute 30 Jahre ihren Dienst tun. Also 30 Jahre schon sowieso nicht, aber ne. Und das ist, finde ich, ganz interessant, weil wie so manches im Arbeitsrecht, es halt eigentlich nicht so klar im Gesetz steht, eigentlich eher das Gegenteil dessen im Gesetz steht. Zunächst mal, was die Möglichkeit der Sachgrundlosenbefristung angeht. Aber es dann eben an dieses Kriterium Eigenheit der Arbeitsleistung oder des Arbeitsverhältnisses geknüpft wird, dass das dann doch gehen soll, ne? Genau, das ist ein Auffangtatbestand sozusagen. Also das Ganze findet sich eben in § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, wer es mal nachlesen möchte, da ist das ziemlich dezidiert aufgelistet. Also sachgrundlose Befristungen gehen in Deutschland eigentlich nur zwei Jahre lang und dann eben nicht mehr. Und im Fußball ist es eben, wie gesagt, was anderes. Da ist explizit eben der Tatbestand der Eigenheit der Arbeitsleistung genannt und darunter fassen eben die Bundesarbeitsrichter Profifußballer, aber auch andere Leute. Also es gab in jüngerer Vergangenheit auch den Fall eines Kommissars, eines Fernsehkommissars, der geklagt hatte, der wurde irgendwie aus dem Drehbuch gestimmt. War das nicht der Alte? Ja, genau. Das ist für mich ausgesprochen witzig, weil der Alte zu alt war. Richtig. Und was da eben auch besonders schön war, ist, dass hier auch dem ZDF-Faß, glaube ich, zugesprochen wurde, dass die auch für eine Verjüngung sorgen können. Also auch trotz Titel, da mal ein bisschen ein frischer Wind durchwehen darf und dann dürfen sie eben auch diesen Fernsehkommissar in Rente schicken. Also die haben die Figur nicht gestrichen, sondern die haben die Rolle neu besetzt mit einem jüngeren Schauspieler und der hat im Prinzip mit einer ähnlichen Argumentation, wie der Meier gesagt, mein Vertrag war zu Unrecht befristet. Herr Müller übrigens, ne? Heinz Müller. Ja, Müller, Müller. Kann man ja auch mal durch... Kann man nur Meier und Müller durcheinanderwerfen. Das sind zwei so ungewöhnliche Namen. Ja, genau. Und das fand ich auch ganz interessant in dieser Entscheidung, dass das BAG durchaus auch auf Presse, Rundfunk und Kunstfreiheit der Sendungsgestalter abgestellt hat. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Und das haben sie, glaube ich, dann noch in einer... Nicht das BAG, aber jedenfalls die Arbeitsgerichtsbeweg hat noch in einer dritten Entscheidung getan. Oder doch war es sogar das BAG? Das war das Bundesarbeitsgericht auch im Fall einer Maskenbildnerin. Das fand ich ganz schräg, ehrlich gesagt. Da wurde eben auch drauf auf die Eigenart der Arbeitsleistung hingewiesen und unter diesem doch recht schwammigen Begriff eben gefasst, dass auch eine Maskenbildnerin befristet eingestellt werden darf und dann eben einfach auch ins Leere läuft, wenn dann der Vertrag nicht verlängert wird. Das fand ich ein bisschen grenzwertig. Übrigens, all das ist schön nachzulesen in einem aktuellen Artikel, den wir in FAZ-Einspruch-Magazin jetzt heute auf die Webseite stellen. Wer das gerne mal nachlesen möchte, unter www.einspruch.faz.net. Genau. Dankeschön. Die FAZ darf man noch nicht vergessen. Ja, der referiert nochmal die ganze Rechtsprechung in diesem Bereich und geht da noch etwas mehr in die Tiefe, als wir das an dieser Stelle können. Wir packen euch gerne den Link dazu in die Shownotes. Und vielleicht wird jetzt in Zukunft, also das Schöne ist ja in diesem Fall übrigens, dass der jetzt abgeschlossen ist. Das heißt vom Bundesarbeitsgericht, wir müssen jetzt nicht noch eine weitere Entscheidung vom EuGH oder wem auch immer warten. Das für die Profifußballer ist jetzt nun geklärt. Die Frage ist aber, was das eben für andere Berufsgruppen noch offen hält. Denn was wir hier tatsächlich sehen, ist ein bisschen so eine Durchlöcherung des Paragrafen 14, also der sachgrundlosen Befristung. Das wird alles offensichtlich jetzt ein bisschen legerer gehandhabt von den obersten Bundesrichtern. Für einen Profifußball kann man es ja auch verstehen. Das ist jetzt nicht gerade das prekäre Arbeitsverhältnis, bei dem man sich irgendwie so in sozialer Hinsicht große Sorgen machen müsste. Aber im Übrigen wird diese Regelung ja auch schon seit Menschengedenken nach Lust und Laune umgangen. Stichwort Kettenbefristung und so. Ja, beziehungsweise da, auch die ist ja abgesegnet. Kettenbefristung ist ein wunderbares Stichwort. Aber da geht es oft um Befristungen, die im öffentlichen Dienst stattfinden. Also das ist ehrlich gesagt auch eine ganz schräge Nummer, die mich immer so ein bisschen zu Hassattacken führt. Denn da sind wirklich ganz bemerkenswerte Fälle dabei. Also Grundschullehrer, die über 14 Jahre hinweg immer wieder Kettenarbeitsverträge jedes Jahr aufs Neue verlängert werden. Und das auch mit der allergrößten Selbstverständlichkeit passiert, weil der öffentliche Dienst, der Staat eben knappe Mittel hat. Und dann werden eben solche Befristungen geschlossen, anstatt die Leute eben vernünftig einzustellen. Und das hat auch schon oft die Bundesgerichte beschäftigt, auch den EuGH mal. Und zuletzt hat eben der Bundesarbeitsgericht so eine Art Missbrauchsprüfung eingeführt. Also Kettenarbeitsverhältnisse sind vom Prinzip okay, wenn sie, also dazu braucht man natürlich immer einen Sachgrund. Also und der lässt sich ja dann leicht finden. Wir hatten ja schon gesagt, die Vertretung ist immer ein Sachgrund oder jedenfalls in den meisten Fällen. Aber auch da gibt es dann eben Grenzen. Und da hat das Bundesarbeitsgericht in einer bemerkenswerte Entscheidung vom Oktober 2016, die packen wir auch gerne nochmal in die Shownotes, da so ein Prüfungsschema aufgebaut, die im Wesentlichen gesagt haben, also das Ganze ist noch okay, wenn die Befristung acht Jahre nicht überschreitet oder nicht mehr als zwölf Vertragsverlängerungen vereinbart werden. Nicht mehr als zwölf. Nicht mehr als zwölf. Oh ja, zwölf ist ja wirklich eine total vertretbare Zahl. Absolut. Und dann kommen wir eben, die Ampel schaltet auf gelb. Also dann wird es eben schon schwieriger, ja, wenn eben die acht Jahre überschritten sind oder die zwölf Vertragsverlängerung, ja, dann kann ein Missbrauch vorliegen. Aber den muss übrigens der Arbeitnehmer belegen, indem er etwa einen dauerhaften Vertretungsbedarf, ja, beim Arbeitgeber nachweist, ist jetzt auch nicht die einfachste Hürde, die man überspringen kann. Und ganz schlimm wird es aber, wenn das Arbeitsverhältnis die Gesamtdauer von zehn Jahren überschreitet oder die Befristung mehr als 15 Mal vereinbart wurde, ja, dann ist die... Also, das finde ich ehrlich gesagt eine viel problematischere Entscheidung noch als die jetzt aktuelle in Sachsen-Heinz. Ja, richtig. Also, dass dieses Prinzip des sachgrundlosen Befristungsverbots in bestimmten Randbereichen ein bisschen aufgeweicht wird, das kann man so oder so sehen, aber dieses Thema Kettenbefristung, das ist doch irre. Also, nach acht Jahren und zwölf Befristigungen sollte man mal ein bisschen genauer hinschauen, aber könnte immer noch nicht missbräuchlich sein, was zur Hölle also da kommt. Aber, mein Lieber, es kommt noch doller. Also, jetzt haben wir hier tatsächlich mal einen Fall gehabt, wo es um die 16. Vertragsverlängerung ging, ja. Und in dieser Phase ist es übrigens so, dass es keineswegs so ist, dass automatisch jetzt ein Missbrauch festgestellt wird, dass man gar nicht mehr rumdiskutiert und gar keine Rechtfertigung hören möchte. Ganz im Gegenteil, der Arbeitgeber kann sich dazu äußern, und zwar, wenn er nachweist, dass er eine akribische Vertretungsplanung durchgeführt hat, ja, und das ist in dem einen Fall auch tatsächlich wohl gelungen. Da war eben die 16. Kettenbefristung auch noch wirksam, weil der eben ziemlich dezidiert nachgewiesen hat, wir müssen hier ziemlich umschieben und da haben wir noch eine Lehrerin, die ist irgendwie jetzt abkömmlich und dann schieben wir den Kollegen eben hier rein und dann war auch die 16. Kettenbefristung noch in Ordnung. Also, insofern, da würde ich dir total zustimmen. Also, bei Heinz Müller, wenn man den auch mal so sieht, kann man sich auch vorstellen, das ist ja auch alternative Karriereplanung. Woran denkst du das so? Ich weiß es nicht so genau. Pro-Wrestling ist ja bei früheren Fußballspielern en vogue, habe ich gehört. Richtig, sowas. Also, jedenfalls scheint er da auch ein sehr engagierter Typ zu sein und da muss man sich vielleicht auch nicht die größten Sorgen machen und gut verdienen. Wird er ja vorher auch. Der hat übrigens bei Mainz gespielt, das haben wir niemals, zu keinem Zeitpunkt jemals erwähnt. Das sieht man wieder, was wir für... Doch, Heinz gegen Mainz. Ach so, stimmt. Genau. Also, um Heinz muss man sich, Heinz Müller muss man sich keine Gedanken machen, aber ich finde, die Kettenbefristung ist etwas, was man mal im Blick halten sollte, auch die Politik im Blick halten sollte, denn wie gesagt, es ist oft der Staat, der die vereinbart und nicht etwa die Privatwirtschaft. Ja, das könnte die SPD ja in die Koalitionsverhandlungen nochmal schön mitnehmen und sich dann von der Union überrollen lassen, wie so häufig. Aber das finde ich wirklich... Also, am Ende der Sendung kommt noch das gerechte Urteil. Diese Entscheidung des BAG aus 2016 ist das ungerechte Urteil, so jedenfalls nach meinem Empfinden, ich glaube auch nach Corinnas. Ja. Ich würde sagen, damit lassen wir es zu diesem Themenblock bewenden. Soll auch nochmal einer sagen, Fußball würde keinen Bildungsauftrag erfüllen. Jetzt haben wir gleich noch generell ein bisschen das Thema Befristung im Arbeitsrecht auch über den Fußball hinaus referiert. Kommen dann zu einer Sache, die für die praktische Lebenswirklichkeit der meisten Hörer jetzt wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber trotzdem von großem rechtlichem Interesse ist. Das Bundesverfassungsgericht sah sich vor einer ziemlichen Zwickmühle stehen, denn es hatte einen Fall auf dem Tisch, bei dem es eigentlich nur falsch entscheiden konnte, könnte man sagen. Da war ein Rumäne, der hat Verfassungsbeschwerde erhoben gegen seine Auslieferung nach Rumänien. Dort wird er von den Strafverfolgungsbehörden gesucht, wegen Urkunds- und Vermögensdelikten. Und er hat eben Verfassungsbeschwerde erhoben mit dem Argument, die Auslieferung würde gegen seine Menschenwürde verstoßen, denn die Haftbedingungen in Rumänien seien menschenunwürdig. Dazu muss man wissen, dass eigentlich innerhalb der EU diese Auslieferungen in aller Regel, und so ist es auch gedacht, ohne große Weiterprüfungen stattfinden sollen, Stichwort Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Ja, denn nicht umsonst sind alle hier in der Europäischen Union und haben bestimmte Mindeststandards zu erfüllen. Genau, aber nur weil man die zu erfüllen hat, heißt es eben leider noch nicht, dass man sie auch tatsächlich erfüllen würde. In Rumänien liegt ja ohnehin infrastrukturell und auch politisch so manches im Argen. Und leider muss man sagen, wenn die Länder in einem Geld knapp sind, dann fließen sie sicherlich nicht als erstes da hinein, besonders tolle Haftbedingungen für Sträflinge zu schaffen. In Rumänien sieht es also so aus, das hatten die rumänischen Behörden dann zugesichert, dass Strafgefangenen einen persönlichen Raum von mindestens drei Quadratmetern oder wenn sie im offenen Vollzug sind, mindestens zwei Quadratmetern pro Person haben werden. Das ist natürlich wahnsinnig wenig. Also mit anderen Worten, die sitzen da echt wie in der Massentierhaltung. Und eine Mehrfachunterbringung natürlich, ne? Also verteilt man sich dann die Zähler? Genau, ja, das natürlich auch. Einzelzimmer ist schon mal sowieso nicht. Und da hat er also dann eben zunächst, bevor es zum Bundesverfassungsgericht ging, das Oberlandesgericht Hamburg noch drüber zu entscheiden. Und das hat gesagt, ja, wissen wir schon, dass das irgendwie in Rumänien alles jetzt nicht zum Besten bestellt ist. Aber es sind auch gewisse Fortschritte beim dortigen Strafvollzug auszumachen. Es gibt zum Beispiel sehr weitgehende Aufschlusszeiten. Also die Häftlinge dürfen dann häufiger mal aus der Zelle raus. Es sind die baulichen Voraussetzungen für Freigänge geschaffen worden. Auch im Hinblick auf Heizung, sanitäre Anlagen und Hygiene und Hafturlaube oder den Empfang von Besuch in der Haft. Und das Waschen von privater Wäsche hätte sich manches verbessert. Insofern sei es also alles in allem vertretbar, den Mann dahin abzuschieben. Dann hat er eben Verfassungsschwerde erhoben. Und das Bundesverfassungsgericht stand jetzt deshalb vor einer schwierigen Wahl, weil es entweder mit durchaus guten Argumenten sagen konnte, nee, die Bedingungen sind aber immer noch dort menschenunwürdig. Ja, das hätte dann aber zur Folge gehabt, dass Deutschland zum sicheren Hafen für rumänische Straftäter geworden wäre. Denn die können dann hierhin kommen, werden nicht ausgeliefert, werden von deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht verfolgt und können dann hier einfach die Füße hochlegen und sich freuen und lachen über die Dummheit der rumänischen Strafverfolgung oder der deutschen Justiz. Und umgekehrt wollte man ihn aber natürlich auch nicht gegen die immer noch doch recht deutlich bestehenden Bedenken ausliefern. Und das ist eben ein Dilemma, vielleicht sagt man an dieser Stelle nochmal, hier geht es eben nicht um Flüchtlinge, sondern es ist eben ein EU-spezifisches Problem, wo man vielleicht eine kleine Parallelie ziehen kann zu den Hartz-IV-Fällen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, die auch zu heftigen Diskussionen geführt haben. Also viele aus osteuropäischen Staaten, das ist die Einwunderung in die Sozialsysteme, so wurde immer argumentiert. Und das wurde ein bisschen als Streckgespenst auch an die Wand gemalt und im Grunde genommen die Freizügigkeit der Europäischen Union missbraucht für... Genau, im einen Fall eben, um irgendwie bessere Sozialleistungen abzugreifen oder dann jetzt hier, um nicht ausgeliefert zu werden. Wie gesagt, eigentlich ist die Auslieferung zwischen allen EU-Staaten ja gerade vorgesehen. Genau, beziehungsweise um das Gefängnis ganz zu umgehen. Die Argumentation war ja dann eben auch, dass man jetzt hier die deutschen Behörden, das wären die Alternative, dass sie sozusagen die Straftäter dann hier auch in Deutschland verfolgen. Aber das würden die deutschen Behörden eben nicht tun. Das ist einfach... Das ist auch nicht praktikal. Also die Straftat eines Rumänen in Rumänien, erstens die Frage, ob die deutschen Staatsanwaltschaften überhaupt zuständig wären und zweitens, wie willst du das ermitteln, wie willst du das aufklären? Also da stößt man ja dann auch wirklich an seine Grenzen und kann auch nicht die Strafverfolgungsarbeit anderer EU-Staaten übernehmen. Einfach nur deshalb, weil deren Haftbedingungen so schlecht sind, dass wir es nicht über uns bringen, die Leute da wieder hin zurückzuschieben. Also das wäre ja wirklich Wahnwitz, findet deshalb auch nicht statt. Aber nun hat das Bundesverfassungsgericht also einen anderen Weg gewählt. Es hat nämlich weder gesagt, also weder die Auslieferung zugelassen, noch gesagt, dass gegen die Menschenwürde verstößt, sondern die Entscheidung des OLG verstoße gegen den Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, als also die Gewährleistung des gesetzlichen Richters, weil das OLG den Europäischen Gerichtshof hätte anrufen müssen. Warum jetzt das? Weil, so sagt das Bundesverfassungsgericht, eben die Lage im Hinblick auf die rumänischen Haftbedingungen nicht ausreichend europarechtlich geklärt sei. Das müsse europaweit einheitlich entschieden werden. Also es könne dann eben auch nicht sein, dass manche Staaten sagen, ja, nö, ist schon fein, wir schieben die Leute da alle nach Rumänien zurück und andere nicht. Und deshalb hätte der OLG Hades hier entscheiden müssen, ob es nun letzten Endes vertretbar ist, die Leute dahin auszuliefern oder nicht. Das ist natürlich sicherlich so eine... Lässt sich hören. Lässt sich hören. Verzögert die Sache natürlich noch ein bisschen. Verzögert die Sache. Der Mann musste jetzt auch erst mal freigelassen werden, denn der ist ja, ne, bisher ist er ja noch gar nicht strafrechtlich verurteilt. Gegen den wird nur ermittelt. Also weiß man ja noch nicht mal, ob er wirklich überhaupt irgendwas angestellt hat. Und genau, also für den ist es auf jeden Fall mal hier glimpflich ausgegangen. Wobei er jetzt auch nicht unbegrenzt hier in Deutschland bleiben darf. Das wird dann immer so ein bisschen... Ja, naja, vor Freizügigkeit, ne, wird hier sich schon erst mal... Naja, doch, nee, das ist das ja auch an enge Grenzen gesetzt, ne. Also wenn man hier zur Arbeitssuche zum Beispiel ist und oder sich selbst versorgen kann, finanziell abgesichert ist. Ansonsten, ich glaube, sechs Monate, beziehungsweise maximal ein Jahr darf man sich eigentlich zur Arbeitssuche hier in Deutschland aufhalten. Ja, gucken wir mal, wie dann also der EuGH hier letzten Endes in dieser Sache entscheiden wird. Bis dahin hat Rumänien ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, die offenbar laufenden Verbesserungen des dortigen Strafvollzugs weiterzutreiben. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Wir kommen jetzt zu einer Debatte, von der ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt in den letzten Monaten. Die geht immer wieder auf. Corinna, worum geht es dabei? Ja, um das Erschleichen von Leistungen, das nämlich strafbar ist nach Paragraph 265a des Strafgesetzbuches. Und damit ist das vor allen Dingen das Schwarzfahren gemeint, aber übrigens auch nicht nur das, sondern auch der Zutritt zu einer Veranstaltung oder zu einer Einrichtung. Also wer sich in ein Museum drückt wahrscheinlich, ohne zu bezahlen. Wäre auch ein Kandidat. Wäre auch ein Kandidat. Aber in der Praxis ist der mit Abstand wichtigste Anwendungsfall schon das Schwarzfahren. Absolut. Und eins, dass auch wirklich ein Anwendungsfall, der die Behörden auch durchaus an ihre Belastungsgrenzen bringt, so komisch es klingt, aber es ist eben dadurch, dass es eine Straftat ist, das wird übrigens nicht sofort, sondern eben bei notorischen Schwarzfahrern. Wird dann auch die Staatsanwaltschaft alarmiert, meistens von den jeweiligen regionalen Verkehrsverbünden, ob es eine RMV ist oder die BVG in Berlin oder wie auch immer. Also wenn das beim ersten Mal, den lässt man dann womöglich noch laufen, mit gegen einen die berühmten 40 oder 60 Euro, wie viel es auch immer noch ist. 60 inzwischen, glaube ich. Woher weißt du das? Ich weiß es nämlich gar nicht. Nur weil das überall jetzt klebt. Jemals auch nur Gefahr gelaufen wäre. Nein, aber ja, 60 Euro genau. Aber dann, wenn da einer eben immer wieder auffällt, dann geben die das an die Staatsanwaltschaften ab und die sind dann natürlich aufgrund des Legalitätsgrundsatzes auch verpflichtet, das zu verfolgen, obwohl sie womöglich wichtigere und dringendere Dinge auf dem Tisch liegen haben. Genau, und es droht übrigens eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Also das auch nochmal, um die Sache abzurunden, für alle, die sich da vielleicht ertappt fühlen. Also es ist, wie gesagt, ein Straftatbestand. Und die Diskussion, die wir jetzt hier sehen, ist, dass schon seit geraumer Zeit einige Justizminister das Wort ergreifen und der Deutsche Richterbund uns sagen, das müsste entkriminalisiert werden. Aus rein pragmatischen Gründen. Es bindet einfach zu viele Ressourcen, personeller und finanzieller Art. Was nämlich passiert ist, dass Staatsanwälte und eben Richter mit solchen Fällen betraut werden. Angeblich soll es so sein, dass in Berlin rechnerisch zumindest 20 Staatsanwälte und Richter ganzjährig mit solchen Verfahren beschäftigt sind. Allein damit. Und man weiß ja wirklich, die Justiz knarzt und ächzt unter der Verfahrenslast. Und das äußert sich auf mannigfaltige Art und Weise. Mitunter müssen Leute aus Untersuchungshaft entlassen werden, weil nicht schnell genug entschieden werden kann. Mitunter ergehen schlicht Fehlentscheidungen. Vieles sozusagen könnte man mit mehr Zeit und mit mehr Personal besser machen. Und dann stellt sich schon die Frage, naja, dann könnte man natürlich auch einfach sagen, wir schaffen eben endlos mehr Personal. Aber das ist wiederum aus anderen naheliegenden Gründen nicht durchführbar. Kostet ja auch alles Geld. Muss auch irgendwo herkommen. Und dann ist eben das pragmatische Argument zu sagen, ja, also müssen wir diese Leute jetzt wirklich, müssen wir darauf echt unsere Ressourcen verwenden. Gibt es da nicht drängendere Probleme? Wie siehst du das denn? Ja, es ist übrigens, es geht gerade noch weiter. Also es sind ja eben nicht nur die personellen Ressourcen, sondern auch wenn es soweit kommt, dass Leute verknackt werden, zu realistischer Weise einer Geldstrafe erst mal, ja, dann und die dann nicht zahlen, dann droht Ersatzhaft, ja. Und das kommt gerne mal vor, ne. Und dann wandern sie im Bau, genau. Das sind ja nicht nur, aber sicherlich zu einem überproportionalen Anteil Leute, die eben auch einfach keine Kohle haben. Ja, vielleicht fahren sie ja gerade deshalb schwarz, weil sie Schwierigkeiten haben, sich das Dicke zu leisten. Dann werden sie erst Rechtsschwierigkeiten haben, die gerichtlich dann ihnen auferlegte Geldstrafe zu zahlen. Und dann ist pro Tagessatz, den man, sagen wir mal, jemand bekommt 30 Tagessätze, kann die aber nicht zahlen. Dann geht er eben pro Tagessatz einen Tag in Haft. Also in dem Fall 30 Tage. Und das ist natürlich auch, klar, jetzt ist Strafvollzug kein, kein irgendwie Unternehmen, das auf Gewinnmaximierung gerichtet wäre. Aber es ist schon auch irre, ne. So ein Tag in Haft kostet den Staat ja eine ganze Menge Geld. Also auch da kann man fragen, ist es eigentlich wirklich sinnvoll, dass wir dann sozusagen jetzt noch die Strafvollzugsressourcen darauf verwenden, diese Leute, die bloß schwarz gefahren sind, hier irgendwie in Haft zu halten. Und es sind ja auch keine kleinen Zahlen. Das muss man vielleicht dazu auch noch sagen. Also angeblich ist es so, dass allein im Herbst, nee, im vergangenen Jahr sollen in NRW 1200 Gefangene wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe in Haft gegangen sein. Wegen Schwarzfahren. Ja, das ist eine stolze Zahl. Es haben sich ja schon mehrere Justizminister, ich meine derjenige aus NRW und der aus Berlin tatsächlich dafür ausgesprochen, dass man das Abschaffen beziehungsweise in einen Ordnungswidrigkeitentatbestand überführen würde. Und das ist ja übrigens auch nicht das Ende der Debatte. Wir sagen jetzt nicht hier Hopp oder Top, sondern es ist ja, man könnte ja überlegen und da bin ich auch inzwischen ein großer Verfechter dafür, zu überlegen, ob man daraus nicht eine Ordnungswidrigkeit machen soll, wie es übrigens in vielerlei Hinsicht schon passiert. Also wir sehen es zum Beispiel über die Rote Ampel fahren, das ist eine Ordnungswidrigkeit, Falschparken ist eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, das sind alles keine Straftaten, die wahrscheinlich sogar also ähnlichen Unrechtsgehalt haben, womöglich auch eine größere Gefährdung oder zumindest eine größere finanzielle Belastung darstellen für den Staat. Und das fände ich sinnvoller an dieser Stelle. Interessanterweise Einwände, es gibt ja Einwände, die dann sagen, naja, aber bei der Deutschen Bahn sind die Ticketpreise höher und wenn man da nicht mehr strafrechtlich vorgehen kann, dann ist dem Unheil Tür und Tor geöffnet. Du meinst, dann müssten so nach dem Motto, dann müssten die anderen regulär zahlten Fahrgäste das quasi querfinanzieren, die Verluste, die die Bahn erleidet. Ja, so wird immer dann argumentiert, da ist der Ehrliche der Dumme, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht, denn man weiß ja schlicht und angreifend, dass Schwarzfahren sich nicht gehört, dass man es nicht macht und deswegen hat man ja auch diese Peinlichkeitsmoment, wenn man erwischt wird. Also diesen uns vollkommen unbekannten Peinlichkeitsmoment. Aber man sieht es ja immer bei den anderen. Oh, dann gucke ich auch immer ein bisschen getreten weg und wechsle das Abteil. Nein, also mal ganz im Ernst, jeder ist natürlich immer schwarz gefahren irgendwie und ich finde dieses Argument, was du jetzt gerade genannt hast, aber auch eher unüberzeugend, denn ich glaube, das, was die allermeisten Leute beim Schwarzfahren abschreckt, ist genau diese Peinlichkeit und natürlich auch die Tatsache, 60 Euro beraten zu müssen, was nicht so schön ist. Und die Leute, die überhaupt in Gefahr sind, mal wirklich ernstlich vor Gericht gestellt und verurteilt zu werden, das sind ja nur die notorischen Schwarzware. Also um dreimal erwischt zu werden, muss man deutlich öfter als dreimal Schwarzwaren, es sei denn, man ist ein echter Pechvogel. Und die, also das sind ja trotz allem nur relativ wenige, wenn man jetzt mal auf dieses Gesamtfahrgestaufkommen hochregnet. Und die kaufen halt sowieso keine Steckensweise, auch mit, also sicherlich nicht in allen Fällen, aber doch in vielen Fällen, weil sie einfach die Kohle nicht haben, weil es halt irgendwie arme Schlucker sind. Das ist dann ja noch neben, wir haben jetzt eben so ein bisschen pragmatisch argumentiert, einfach Ressourcen und so weiter. Es gibt natürlich auch noch diese etwas ideologischere Argumentation, dass man sagt, also es wird hier quasi Armut kriminalisiert, ja. Auch das kann man ja zumindest mal so ins Feld führen. Ja, das finde ich auch richtig, wobei, ehrlich gesagt, ich finde das Argument ein bisschen kurz gegriffen, denn das sind eben nicht nur so eine Fälle, das muss man auch mal sagen. Also das sind eben auch Leute, die keinen Bock haben, ja, nicht dafür blechen wollen, die die Kohle natürlich hätten, für sonst was ausgeben, ja, aber sich nicht in der Lage sehen, den örtlichen, den Nahverkehr zu unterstützen, was ich übrigens falsch finde. und ich meine, wir haben ja ein System der sozialen Sicherung, Leute können Hartz IV beantragen, da werden alle möglichen Bedarfe des Lebens, auch zum Beispiel die Tatsache, dass man gelegentlich beantworten muss, eben eingepreist in den Hartz-IV-Satz, das ist also sicherlich jetzt nicht gerechtfertigt zu sagen, ja gut, wenn man das Geld nicht hat, dann zahlt man es eben einfach nicht. Aber trotzdem so alles in allem, Unwertgehalt, Schaden für die Gesellschaft, auch auf der einen Seite und eben Ressourcen, die da reinfließen, bei der Strafverfolgung der Justiz und dem Vollzug auf der anderen Seite, scheint mir doch irgendwie in der Gesamtabwägung viel dafür zu sprechen, zu sagen, Ordnungswidrigkeiten, Tatbestand, der Täter ist hier auch. Richtig, es wird übrigens demnächst auch wieder eine Diskussion geben, das nur als kleiner Hinweis, in Berlin am 5. Februar macht das die Landesvertretung in Hamburg, in Berlin, macht dann eine Diskussionsveranstaltung, das wird da auch breit diskutiert, da ist auch der NRW-Justizminister Biesenbach dabei, also der sozusagen vor dem Herbst das so ein bisschen angestoßen hat, diese aktuelle Debatte. Also etwas, worüber man gut streiten kann, aber wo ich auch dafür plädieren würde, dass man sich mal ein Herz greift und da vielleicht auch eine Erinnerung mal herbeiführt, weil alles in allem tatsächlich das jetzt mal geboten wäre, glaube ich. Übrigens klitzekleiner historischer Exkurs an der Stelle, der aber vielleicht sich ganz schön in das Thema einfügt, das war ja lange Zeit auch total umstritten, ob Schwarzfahren überhaupt nach diesem Paragraf strafbar ist. Ach, genau, das ist auch ein schöner Schlenker, weil es ging ums Erschleichen. Ja, also Erschleichen von Leistungen heißt ja schon der Tatbestand und so nach allgemeinem Sprachgebrauch impliziert das Wort Erschleichen ja irgendwie, dass man sich mit einer gewissen Heimlichkeit an einer Kontrolle vielleicht vorbeidrückt oder ähnliches und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Leute, die keine Fahrkarte haben, steigen ganz genauso in die Bahn ein, wie Leute, die eine haben. Das ist denen ja nicht an der Nasenspitze anzusehen und die verhalten sich nicht anders. Also da von einem Erschleichen zu reden ist eigentlich schwierig. Das ist dann aber doch letzten Endes von der Rechtsprechung finde ich nicht, selbstverständlicherweise, aber es ist abgesegnet worden. Richtig. Und also wirklich vor dem Hintergrund, dass wenn man die Züge besteigt oder den Bus besteigt, dann drückt man damit auch sein Einverständnis aus, dass das nur unter den Bedingungen erfolgt, die von dem Nahverkehr eben aufgegeben sind. Es gab ja auch ganz kuriose Fälle von Politaktivisten, die sich dann explizit auf das T-Shirt oder die Jacke geschrieben haben, ich fahre schwarz, also damit überhaupt gar kein Zweifel aufkam. Das ist dann sogar das ganze Gegenteil eines Erschleichens. Das ist sogar ein förmliches Hinausschreien. Seht her, ich beachte es eben gerade nicht. Aber soweit ich jetzt gesehen habe, jedenfalls gab es ja in Hessen auch einen Fall, wo das dann auch abgebügelt wurde und gesagt wurde, hier findet tatsächlich ein Erschleichen statt. Dementsprechend inzwischen, also das nur so als kleinen Schlenker, das ist inzwischen auch total gefestigte Rechtsprechung, dass eben Schwarzfaden einen Fall des Erschleichens von Leistungen darstellt. Aber ob es das dann auch in der Zukunft noch tun soll, darüber könnte man durchaus mal nachdenken. Auch dieses wäre eine Sache, die sich ja vielleicht die SPD mal überlegen könnte für die nächste große Koalition, auf die wir aufhören. Und wie gesagt, angestoßen wurde es vom NRW-Justizminister Wiesenbach und der ist CDU. Zum nächsten Thema. Zum nächsten Thema. Wir hatten schon einmal über das Netzwerke-Durchsetzungsgesetz gesprochen in Folge Nummer 6 und da schon viel von dem Für und Wider aufgearbeitet. Aber die Debatte hält das Land weiterhin in Atem und es sind auch ein paar, haben sich auch ein paar zusätzliche Entwicklungen ergeben, wie nicht anders zu erwarten. Zum Beispiel der Tweet von Alice Weidel, über den wir damals in der Sendung gesprochen hatten mit den pöbelnden Migranten-Mobs oder so ähnlich, ist wieder hergestellt worden. Interessanterweise. Wir hatten ja auch damals gesagt, dass wir den zwar unschön fanden, aber nicht glauben, dass es eine Straftat darstellt. Das sieht Twitter jetzt offenbar ähnlich. Da hat sich allerdings auch echt erst ein Anwalt einschalten müssen und das ist natürlich irgendwie echt alles nicht so praktikabel für die meisten Leute, deren Tweets gelöscht werden. Umgekehrt auch, finde ich ganz lustige Anekdote in dem Kontext, ein Tweet von Heiko Maas, ein sieben Jahre alter Tweet von Heiko Maas, den hat offensichtlich sich jemand schon sozusagen auf wieder Vorlage gelegt, zum Inkrafttreten des NetzDG und dann wohl gemeldet, wurde gelöscht, indem er Thilo Sarrazin einen Idioten genannt hat. Ja, auch da kann man natürlich, Idiot ist jetzt keine so nette Bezeichnung, ist es wirklich eine strafbare Beleidigung? Ja, man weiß es alles nicht so genau. Ist auf jeden Fall ganz lustig, dass ausgerechnet hier von dem Ziehvater des NetzDG dann selbst ein Post gelöscht worden ist. Und ja, also verschiedene weitere, müssen wir jetzt nicht alles aufzählen, Leute sind gesperrt und auch wieder entsperrt worden und die Diskussion tobt und wird ziemlich emotional geführt. Und zu den rechtlichen Aspekten, dessen haben wir ja hier in der Sendung schon manches gesagt, ich persönlich würde dem Ganzen mal eine Chance geben wollen und abwarten, wie es sich jetzt über die nächsten Monate entwickelt. Und jedenfalls, man muss sicherlich nicht das NetzDG in allen Punkten super finden, das tue ich selber auch nicht. Aber die Tatsache, dass vorher wirklich vieles im Argen lag, dass die großen Internetkonzerne zum einen nach total undurchsichtigen Kriterien gelöscht oder nicht gelöscht haben und zweitens auch vor allen Dingen eben nicht gelöscht haben in aller Regel. Das ist, glaube ich, wirklich schwer zu leugnen. Und wer daran noch letzte Zweifel haben sollte, weil er es vielleicht einfach aus seinem persönlichen Erleben so nie mitbekommen hat, oder wer sich vielleicht auch denkt, dass generell diese ganze Debatte doch irgendwie ein bisschen albern sei und dass man da doch wohl auch einfach drüber stehen könnte, wenn man irgendwie auf Twitter mal von irgendeinem Giftzwerg angepampt wird. Dem möchte ich das nun gleich folgende Interview besonders dringend ans Herz legen. Das ist mit Richard Gutjahr, den werde ich auch gleich noch vorstellen. Und wir haben das Interview, würde ich an der Stelle mal dazu sagen, vorab aufgezeichnet und schneiden das jetzt gleich in die Sendung rein. Und ja, Richard hat eben wirklich mal aus der Innenansicht erleben müssen, wie das ist, wenn man Opfer einer regelrechten Hasskampagne im Netz wird. Und der hat auch anderthalb Jahre, so lange dauert es inzwischen, versucht, die Netzwerke dazu zu bewegen, die gegen ihn gerichteten Kommentare zu löschen, größtenteils ohne Erfolg. Und er kann dann mal erzählen, ob sich das jetzt unter dem NetzDG irgendwie gebessert hat. In diesem Sinne, hier kommt Richard Gutjahr. Richard ist Journalist und Blogger und Internetpionier, kann man glaube ich sagen. Er ist im Fernsehen zu sehen, er hat für so ziemlich alle großen deutschen Zeitungen schon zu verschiedenen Anlässen geschrieben. Das alles ist aber nicht der Grund, warum wir ihn heute in der Sendung haben, jedenfalls nicht so unmittelbar, sondern Richard war auch gezwungen, ein Jurastudium im Schnellverfahren zu durchlaufen, könnte man sagen. Er ist nämlich selber in ganz massiver Weise Opfer von Hate Speech, wie man so sagt, also Hasskommentaren im Internet geworden. Nicht mal hier und da, wie das jedem Journalisten ergeht, dass man mal irgendwo einen gehässigen Kommentar abkriegt, sondern da hat sich also eine ganze Trollarmee gegen ihn in Stellung gebracht. Und es hört sich ein bisschen lustig an, ist aber leider in der Praxis wirklich alles andere als lustig. Und aufgrund dessen ist er eben auch jemand, der einfach mal einen sehr guten praktischen Einblick darin geben kann, wie die sozialen Netzwerke, die Polizei und Staatsanwaltschaft und die Gerichte bisher mit solchen Fällen umgegangen sind und ob sich dadurch durch das Netz DG jetzt irgendwas zum Besseren geändert hat. Ja, herzlich willkommen, lieber Richard. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Kannst du uns vielleicht erst mal in kurzen Worten erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du so zur Zielscheibe verwirrter Geister wurdest? Ja, das kam buchstäblich über Nacht. Ich war in Nizza im Urlaub und das war der französische Nationalfeiertag, der 14. Juli vor zwei Jahren. Und da gab es ein großes Feuerwerk, Parade, Volksfeststimmungen entlang der Strandpromenade. Und meine Familie und ich haben uns ein Hotel genommen, weil wir wollten das Feuerwerk sehen und wollten einfach dort eben zusammen mit den Franzosen feiern. Und da kam dann diese Geschichte mit diesem Lkw, der da vor unserem Balkonfenster sozusagen vorbeifuhr. Das Problem war nur, meine Familie war gerade unten Ballons kaufen. Ich stand oben, habe eigentlich nichts ahnend sozusagen meine Familie gefilmt und da kam dann sozusagen der Lkw um die Ecke. Familie ist nichts passiert. Ich kam mit einem Schock davon. Und ja, dann bin ich halt sozusagen in den Reporter-Modus umgeswitcht und habe dann, nachdem ich meine Familie sozusagen einigermaßen Sicherheit wähnte, dann gesagt, Schatz, ich muss jetzt arbeiten. Ja, also das war dieser Attentat, der ist durch die Menschenmängel gepflügt, der Lkw, man erinnert sich. Ja, also ich möchte das jetzt auch nicht so witzig darstellen. Ich versuche ja sozusagen selber irgendwie auch mit diesen Erlebnissen fertig zu werden. War nicht so schön. Ich habe zum ersten Mal Menschen sterben gesehen und Schreier und so weiter. Die verfolgen einen natürlich dann auch noch ein paar Tage länger. Ja, dann kam ein zweites, wie soll man sagen, tragisches Unglück hinzu. Ich war dann wieder die Woche drauf, also aus dem Urlaub zurück in München. Ich habe da ganz normal gearbeitet, wie ich das schon seit 15 Jahren tue. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ich jetzt zufällig in München war, als dort plötzlich. Meine Tochter anrief und gesagt hat, Papa, bei uns am Olympia-Einkaufszentrum wird geschossen. Und da gab es halt noch nicht viele offizielle, wie soll man sagen, Meldungen darüber. Ich war in Sorge sofort natürlich zu meiner Tochter hingefahren. Und auch dort war es dann tatsächlich so, dass ich für die ARD dann als einer der ersten Reporter vor Ort war und natürlich auch berichtet habe. Das ist mein Job, kann nicht anders. Und ja, aus diesem, wie soll man sagen, aus diesem Zufall oder aus dieser zeitlichen Nähe, dieser, wie soll ich sagen, ja sonst eigentlich völlig normalen Tätigkeit, der ich seit 20 Jahren nachgehe, haben dann ein paar Menschen im Netz gesagt, irgendwie das kann doch kein Zufall gewesen sein. Ich glaube, die Tatsache, dass man eine Frau Jüdin ist, hat so bei manchen einfach wirklich so eine Flagge gehisst und gesagt, aha, da ist also der Mossad und irgendwelche jüdischen Verschwörungen irgendwie dahinter. Und ja, ab dem Moment gab es dann kein Halten mehr im Netz. Jetzt könnte man ja sagen, Idioten gibt es immer und es kann ja immer egal sein, was die denken, aber tatsächlich kann es das keineswegs, denn diese Leute haben das ja nicht nur im stillen Kämmerlein gedacht, sondern eben auch großflächig verbreitet und gestreut, dass du also tatsächlich hinter diesen Anschlägen stündest. Wie ist das konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Es beginnt ganz harmlos erstmal mit so ein paar Tweets oder den üblichen Shitstorm, den wir alle als Journalisten kennen. Das fängt erstmal wirklich relativ, wie soll man sagen, normal an. Es ist ja auch verständlich. Es ist eine sehr hoch emotionalisierte Zeit. Also gerade München war ja Panik, nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern deutschlandweit haben die Leute ja plötzlich bei der Polizei angerufen und gesagt, bei ihnen wird auch geschossen und so. Also da ist die menschliche Psyche wirklich faszinierend, was da plötzlich in uns ausgelöst wird. Alles, ich glaube auch aus so einer, wie soll man sagen, ja Angst oder Ohnmacht, die wir vielleicht alle verspüren in so einem Moment, gehen dann wirklich die Pferde und die Gäule mit uns durch. Und wenn man dann eben zufällig noch einen Internetaccount hat und gerade nichts Besseres zu tun hat, dann setzt man sich da halt hin und schreibt einfach eins zu eins das, was einem gerade durch den Kopf geht, einfach ins Netz. Und das spornt dann wiederum andere an. Und so entwickelt sich sozusagen dann so eine Spirale, wo dann plötzlich irgendwie alle versuchen, sich gegenseitig in ihrem Wahnsinn zu überbieten. Und diese Leute haben nicht einfach nur gute Theorien aufgestellt, sondern sie sind dann ja auch dir und was es noch mal unschöner macht, auch deiner Familie zu Leibe gerückt. Also da wurden dann, glaube ich, ebenfalls Theorien aufgestellt, dass deine Frau oder dein Kind damit irgendwie was zu tun hätten. Und es gab etliche Videos auf YouTube, wo das alles ausgebreitet wurde. Wie hat dich das in deinem Leben beeinflusst? Es gibt kein anderes Thema mehr eigentlich seit diesen ersten Nächten, wo das dann wirklich irgendwie außer Kontrolle geriet. Wir haben am Anfang erst mal gedacht, Streisand-Effekt, also bloß nicht irgendwie drauf eingehen, aussitzen, Ruhe bewahren, vielleicht auch mit Humor so diese Theorien einfach nehmen und drüber lachen. Nach ein paar, das hält man ein paar Tage aus, ein paar Wochen, aber wenn es dann mehrere Monate andauert, und man darf nicht vergessen, mit jedem neuen Terroranschlag, also ich erinnere zum Beispiel an den Breitscheidplatz Berlin, der sich dann ein halbes Jahr später ereignet hat, waren wir wieder plötzlich das Thema Nummer eins, die Terrorfamilie, die dahinter steckt. Und da reicht dann nur irgendwie eine Kleinigkeit, dass dort irgendwie in der Tagesschau ein jüdischer Augenzeuge auftaucht. Dann wird gegoogelt, ob es irgendwelche Zusammenhänge zu meiner Familie gibt. Und wenn die dann irgendwie etwas finden, ich glaube, in diesem Zusammenhang wurde mal aufgestellt, dass meine Frau mal an derselben Universität irgendwie eine Rede gehalten hat, wie der Mensch, der da in der Tagesschau aufgetreten ist, dann ist der Beweis erbracht und dann wird das Hirn ausgeschaltet, dann ist das so, Fakt. Und dann verhärtet sich das in den Köpfen und von da an geht dann ganze Weihnachten, Neujahr und für die nächsten zwei oder drei Monate der Zirkus dann wieder von vorne los. Und war es für dich eine Möglichkeit zu sagen, ich ignoriere das einfach, oder ist das in einer Art und Weise in dein Leben eingedrungen, dass man jetzt also selbst bei größter Kontenanz und innerer Gelassenheit das einfach nicht ausblenden konnte? Ja, als die Täter dann angefangen haben, also meine Familie zu sezieren und sich auf allen sozialen Netzwerken sozusagen auch beispielsweise meine Tochter vorgenommen haben, da hörte der Spaß dann wirklich auf. Die Polizei hatte mir sowieso schon geraten, dass wir irgendwie die Wohnung verlassen und irgendwo erstmal für ein paar Wochen woanders hinziehen, bis sich das erstmal wieder beruhigt. Also schwer einzuschätzen, was man da macht. Wie gesagt, meine Tochter, die ist jetzt kein Journalist, steht jetzt nicht im öffentlichen Leben und so weiter. Und da habe ich gesagt, hier ist die rote Linie und jetzt muss ich anfangen, was zu unternehmen. Nur um mal einen dieser Kommentare, du hast das ja alles sehr transparent gemacht und auch auf deiner Homepage ausführlich referiert, vorzulesen, damit die Leute einfach mal eine Vorstellung davon haben, was da tatsächlich abgeht. Seine räudige Drecksfamilie interessiert niemanden. Er ist ein dreckiger Hund, der eine Geheimdiensttanz fickt und seine Kinder werden nicht besser sein. Ja, das ist so der Sound, der sich hier hindurchzieht. Also das ist wirklich harter Tobak und etwas, was man sich nicht gefallen lassen muss. Und nun schlagen wir vielleicht ein bisschen den Bogen zu der juristischen Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte. Denn man hört ja immer im Zusammenhang mit dem NetzDG, das stimmt ja mit Abstrichen im Detail auch, dass das NetzDG eigentlich keine materiell rechtliche neue Regelung schafft, sondern dass diese entsprechenden Äußerungen auch bisher schon strafbar waren und dass es einfach nur darum ginge, ein Vollzugsdefizit zu beseitigen. Wie hast du dieses Vollzugsdefizit denn erlebt in deinen Versuchen, den Hass gegen dich im Netz zurückzudrängen? Also trotz einer netten Anmoderation muss ich eines vorweg schicken. Ich bin wirklich kein Jurist. Ja, ich bin der komplette Laie. Ich habe jetzt zwei Anwälte, die mich beraten, strafrechtlich und zivilrechtlich. Ich habe also, wie soll man sagen, jetzt so ein bisschen Einblick bekommen und habe mich immer rückversichert, wenn ich gefragt habe, das kann doch nicht sein. Und dann sagen die, doch, doch, das ist alles in Ordnung so. Und ja, was habe ich erlebt? Im Grunde genommen gar nicht viel Neues, außer dass das Netz, also, wie soll man sagen, die Gesetze sind alle da. Da braucht man kein Neues. Also von wegen dieses Gerede, von wegen Internet rechtsfreier Raum, das ist Bullshit. Alles, was mir angetan worden ist, meiner Familie, meiner Tochter und all meinen Freunden und jedem, der da mit reingezogen worden ist, das steht alles unter Strafe. Kann man nachlesen. Es ist nicht neu. Also da ist unser Grundgesetz sogar schon ziemlich, also auch für die digitale Welt sozusagen eins zu eins umsetzbar. Problem ist nur, das Tempo und die Gravität, also die Schwere sozusagen und die Folgen, die so etwas hat, die, glaube ich, sind in der Justiz bei den Staatsanwälten, vor allem aber auch bei den Richtern nicht angekommen. Was mir oft begegnet ist, ist, dass beispielsweise ein Wunsch meine Familie irgendwie im KZ zu vergasen, im Grunde genommen so ähnlich sanktioniert wird, als hätte ich auf der Straße jemandem einen Vogel gezeigt. Also da, ich glaube, was die Justiz noch nicht so richtig kapiert hat, ist, sagen wir mal anders, dass ich hatte irgendwie das Gefühl, nicht nur anhand der Strafhöhe, sondern ich habe ja auch mit sehr vielen Richtern und Staatsanwälten dann auch mal telefoniert, ich hatte das Gefühl, die meinen immer noch, das ist ja nur im Internet. Also das ist sozusagen nur virtuell, das ist ja nicht das reale Leben, sondern das reale Leben findet noch immer auf der Straße statt, an der Straßenkreuzung oder wenn ich was in der Zeitung drucke oder ein Buch rausgebe, da sind die dann, wie soll man sagen, sagen die, ja, das ist schlimm. Internet, das versendet sich ja irgendwie so. Das Problem ist genau umgekehrt, im Internet versendet sich es eben nicht. Es bleibt ein Stigma, quasi im Leben eines Menschen, denken Sie an meine Tochter, wenn die sich irgendwann mal bewerben möchte für einen Job und diese Hater schaffen es, dass die ersten fünf Seiten bei Google einfach quasi nur irgendwelchen Schwachsinn über sie verbreiten. Das zeichnet dieses Mädchen in jungen Jahren für ihr Leben. Und ja, wenn dann jemand halt mit 280 Euro davon kommt, wenn er so etwas, wenn er eine Gewährpatrone meiner Tochter also auf die Facebook-Seite pinnt und sagt, hier auch eine Lösung für dich, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, wissen Sie, ich habe ja auch ein paar Feinde und ein paar Menschen, die ich nicht mag in meinem Leben. Also dann nehme ich doch mal ein bisschen Geld in die Hand und verbreite einfach Müll über meine Gegner, weil es kostet ja nicht so viel. Also es ist ehrlich gesagt so ein bisschen unverständlich, dass das zwar immer in den Nachrichten immer heißt, ja und wir müssen da hart, es darf kein rechtsfreier Raum sein, jadijadijai, aber was ich in den letzten eineinhalb Jahren erlebt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, eigentlich haben die Hater ja recht, es kostet ja nichts. In wie vielen Fällen ist es denn überhaupt gelungen, die Verfasser dieser Nachrichten tatsächlich zu ermitteln und überhaupt irgendwie eine Anklage gegen die zu führen? Also jetzt, ich erwarte jetzt keine exakten Zahlen, aber mehr so allgemein. Also hat das meistens geklappt oder war das eher die seltene Ausnahme? In vielen Fällen musste man die gar nicht ermitteln, die schreiben unter ihrem vollen Namen. Ich kann mir die Profile von diesen Menschen anschauen, die meiner Familie irgendwie, meiner Familie den Tod wünschen. Und also den Facebook-Kommentar, den sie gerade vorgelesen hatten vorher, den hat ein Familienvater, kann man draufklicken, kann man sich seine Urlaubsfotos anschauen und seine eigenen Töchter anschauen. Da muss man gar nicht großartig irgendwie CSI Miami sein und Datenforensiker, um die Identitäten festzustellen. Das ist genau das, was mich ja über meinen eigenen oder persönlichen, wie soll man sagen, Schicksal hinaus noch so fertig macht. Ich bin ja schon viel gewohnt in meinem Leben, das ist gar nicht mal so das, was mich schmerzt, was mich schmerzt ist, dass das in der Gesellschaft, also hier in Deutschland möglich ist und dass die sich so sicher fühlen, dass sie dafür nicht gelangt werden, weil sonst würden die ja aufpassen, sonst würden sie sich auch mehr Mühe geben, ihre Spuren zu verwischen. Nein, die fühlen sich unantastbar und deswegen haben sie es gar nicht nötig, da irgendwie in den Untergrund zu gehen. Und das ehrlich gesagt, das macht mir Angst, weil das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Internet wohl sehr wohl ein rechtsfreier Raum ist. Faktisch zumindest, eben nicht rechtlich. Ja, und diejenigen, die das immer behaupten, nämlich der Innenminister und ausgerechnet der Justizminister sind ja nicht, wie soll man sagen, irgendwer, sondern, also wenn, also die sind da, müssen sich da die Kritik, finde ich, umgekehrt schon auch gefallen lassen und sagen, ja, wie ist das eigentlich möglich? Gibt es nun diese Gesetze in unserem Land oder gibt es sie nicht? Und das hat also auch keinen Effekt dahingehend gehabt, man könnte sich ja vorstellen, beispielsweise, dass, wenn sich rumspricht, das sind ja mitunter solche Communities, wo die Leute auch ein bisschen miteinander in Kontakt stehen, wenn sich rumspricht, ah, der Gutjahr, der stellt hier konsequent Strafanzeigen und der eine oder andere wird dann tatsächlich ermittelt und angeklagt und wegen Verurteilung, wenn auch jetzt, also in dem gerade zitierten Fall, zwar zu einer sehr geringen Summe, aber trotzdem verurteilt, man könnte sich ja auch vorstellen, wenn man so ein bisschen aus der Anonymität oder scheinbaren Anonymität des Internet-Trolls rausgezerrt und vor Gericht gestellt wird, dass das Eindruck hinterlässt und dass es dann eben vielleicht den Effekt hätte, dass die ganze Sache so langsam abklingt, aber das war, entnehme ich dem Vortrag, nicht so. Nee, ganz im Gegenteil. Doch, dann war Ruhe. Mit dem Wissen, das ich heute habe. Ich meine, ich war damals auch ein bisschen naiv vor eineinhalb Jahren. Ich dachte irgendwie tatsächlich, bloß nicht, bloß nicht in Erscheinung treten, bloß nicht auffallen, bloß nichts machen. Nein, ich hätte viel früher tatsächlich damit beginnen müssen, konsequent. Ich hätte mir viel früher Anwälte nehmen müssen. Ich hätte viel früher, also mit voller Härte, mir die Wortführer rausgreifen und die mit allem, was ich habe, einfach dem nachgehen müssen. Erst durch meine Untätigkeit, durch meine Blauäugigkeit, durch meine Hoffnung und bitte hört von alleine auf oder jetzt nicht in Erscheinung treten, nicht laut aussprechen. Ich bin sogar für mehrere Wochen, ich glaube sechs oder sieben Wochen, komplett kein einziger Tweet, kein einziger Facebook-Post. Das hält jemanden wie mir verdammt schwer. Das ist eine Höchststrafe. Aber es hat nichts gebracht. Nein, heute weiß ich, schau dir genau an sozusagen, wer sind die Wortführer in diesem Spiel und wenn die sich strafbar machen, dann geh mit allen rechtlichen Mitteln denen nach. Weil, wissen Sie, ich mache das ja nicht, um da irgendjemandem zu schaden oder um mir zu helfen. Ich mache das, oder mir geht es auch gar nicht um die Person. Mir geht es um alle anderen, die diesen Scheiß liken, sharen und tweeten. Sie müssen sich das vorstellen, das ist ein Duell auf einer öffentlichen Bühne. Und die meisten davon, 98 Prozent der Zuschauer, sind unbeteiligt, holen sich Popcorn und sagen, ja, mal schauen, wie das ausgeht. Wenn du dich nicht wehrst, wenn du da nicht dagegen hältst, dann ist das ein ganz klares Signal, irgendwie. Wir können das machen. Genau, geht ja. Und ich finde, also noch haben wir diesen Rechtsstaat und ich finde, der hat sehr viele Errungenschaften über die letzten Jahrhunderte uns erkämpft und erwacht. Und ich glaube, es ist wert, darum zu kämpfen. Und dann noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Jetzt ging es ja erst mal so um die strafrechtliche Seite. Die zivilrechtliche Ebene, also sprich, dass man auf die Plattformen zugeht und denen sagt, passt mal auf, ihr seid verpflichtet, diesen oder jenen Kommentar zu löschen. Tut das bitte. Das ist, diesen Versuch hast du ja durchaus auch unternommen. Wie waren da deine Erfahrungen? Also das war denen komplett wurscht. Und das ist, das fand ich beschämend, ehrlich gesagt, weil, Sie müssen sich vorstellen, an dem Morgen des Terrorangriffs von Nizza war ich noch bei Google als Referent eingeladen in München und habe dort einen Vortrag gehalten über Deutschland, über Nazi-Deutschland und über die Verbrechen, die wir hier in diesem Land begangen haben. Den Vortrag habe ich deshalb gehalten, weil eine internationale Gruppe von Programmierern, die jetzt bei Google sozusagen neu eingeführt worden sind, die sollten alle Länder kennenlernen und auch die Verantwortung, die sie haben sozusagen, auch im Austausch mit den einzelnen Menschen und deren Gesellschaften auch lernen. Das ist dieses nette, sozial engagierte Company-Image, das Google ja gerne pflegt. Richtig. So. Und dafür hat man mich eingeladen. Am Abend bin ich in Nizza gewesen, wie gesagt, im Urlaub dann. Ich habe das sozusagen auf dem Weg zum Flughafen, habe ich die noch besucht. Und nur eine Woche später telefoniere ich also genau mit den Leuten, die mich noch so nett hofiert und eingeladen hatten in ihr neues R&D-Center in München und sage, Leute, schaut doch mal an, was auf eurer Plattform YouTube gerade mit meiner Familie und mir gemacht wird. Helft mir. Und gesagt, ja, tut uns leid, aber Freedom of Speech und so weiter, da können wir nichts machen. Das ist amerikanisches Recht. So. Was natürlich völlig absurd und auch unzutreffend ist. Also denn jedenfalls in Deutschland müssen sie sich ja schon an deutsches Recht halten. Also es wurde gar nichts gelöscht, Fragezeichen, oder war es schon so, dass dann in Einzelfällen auch mal Dinge gelöscht wurden, aber eben sehr vieles stehen blieb? Nicht wegen Verleumdung, Hate Crimes oder derlei Dinge. Also null. Die Arbeit hätte ich mir also sparen können. Das kostet ja auch ein, zwei Tage, bis man da erstmal so 60 Videos sozusagen, also nach dem, eine ganz komplexe Prozedur und das geht eben nicht mal eben schnell, sondern da muss man sich wirklich für jedes einzelne Video, was man meldet, also gut eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen. Egal. Ja, hätte ich mir sparen können. Womit es ein bisschen funktioniert hat, war das Urheberrecht. Also die haben zum Beispiel alle irgendwie mein Video verwendet, das ich ja in der Nacht für die ARD dann freigegeben habe, aber sonst niemandem eigentlich die Erlaubnis gegeben habe, dieses Video zu verwenden. Und da konnte ich also dann zum Beispiel Copyright. Das ist ja eigentlich auch wahnwitzig, dass dieser Verstoß dann, genau, dass der geahnet wird oder dass es über den Hebel dann schnell funktioniert, aber über den eigentlich viel gravierenderen Punkt, das ist ja völlig klar. Erinnern Sie sich an die Debatten, die YouTube natürlich mit der Musikindustrie und die Kriege ausfechten musste? Da sind die ganz schnell in irgendwelchen Millionenforderungen wegen Urheberrechtsverstoßen und so weiter und da sind die trainiert. Das heißt also, auf dieser Ferse trifft man sie tatsächlich, weil sie wissen, das könnte Geld kosten. Und dafür sind sie auch in den USA übrigens haftbar. Also das ist tatsächlich sozusagen so etwas da, da passen die auf wie kaum was anderes. Hat auch nur zwei Stunden dann gedauert, bis dann so ein Video entfernt war. Also von der Meldung bis zum Entfernen und zwar fernen meine ich nicht nur im Geoblocking, also in einem Land wie in Deutschland, NetzDG jetzt einfach nur unsichtbar, trotzdem immer noch überall in der Welt, in Österreich, in der Schweiz und so zu sehen. Nein, das haben die dann richtig gesperrt, geblockt, löschen tun die nichts, aber zumindest weltweit gesperrt. Ja, aber dann haben sie es halt auch wieder freigestellt, indem sie sozusagen parallel dazu meinen Kontrahenten, dann meine Namen, also meine E-Mail und meine Postanschrift geschickt haben und gesagt haben, einigt euch doch mal darüber wegen Copyright-Verstöße untereinander. Wir nehmen es jetzt wieder online, weil der andere gesagt hat, er hat da nicht verstoßen und ab jetzt bitte einigt ihr euch untereinander. Das ist das Prozedere bis zum heutigen Tag. Das war in deinem Fall dann auch nochmal zusätzlich schmerzlich, weil die Leute dann auf diese Weise auch noch in deine E-Mail-Adresse gelangt sind, wenn ich mich nicht kenne. Und raten Sie mal, was Sie dann gemacht haben mit dieser E-Mail-Adresse. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Na klar, ich habe den erstmal, erstmal haben sie erfahren, dass ich sie quasi angeschwärzt habe, Punkt eins, und dann sozusagen, als sie gemerkt haben, dass YouTube aber das Video trotzdem nicht entfernt, sondern wieder scharf schaltet, war das ein doppelter Sieg für die, weil sie gemerkt haben, ah, er hat es probiert und er ist gescheitert und dann geht es erst richtig los und jetzt haben die ihre E-Mail-Adresse und ihre Postanschrift und ja, dann ging es halt weit in die nächste Runde. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich mal so ein prototypisches Beispiel dafür, um vielleicht auch allen Hörern, die sich bisher bei der Netz-DG-Debatte oft gedacht haben, mein Gott, Leute, stellt euch doch nicht so an über irgendeinen pampigen Kommentar von einem Giftswerk auf Twitter, kann man ja auch mal drüber stehen. Klar, solange das ein pampiger Kommentar ist, stimmt das auch, aber wenn man eben in solcher Weise wirklich überzogen wird von Schmähungen und Verleumdungen und so weiter, dann greift das wirklich erheblich in das eigene Leben ein und seit das Netz-DG jetzt in Kraft ist oder vielleicht auch schon im Zuge der, also es kündigte sich ja an, dass es kommen würde, gibt es da die Wahrnehmung, dass das seitdem besser funktioniert, wenn du jetzt irgendwelche Videos oder Kommentare oder Ähnliches meldest, dass die eher entfernt werden oder kannst du das nicht beobachten? Doch, es hatte quasi mit Tag eins natürlich einen gewaltigen, wie soll man sagen, Effekt gehabt. Auf einmal sind also die Mails meiner Anwälte dort tatsächlich gelesen worden. Bis dato haben wir immer zurückbekommen, so ein Form-Mail, bitte wenden Sie sich an YouTube in Amerika. und da wurde dann irgendwie so ein Abwimmel-Link hingeschickt, der genau zu dieser Seite führte, die ich als allererstes probiert hatte. Ja, das muss man dazu sagen. Bisher waren die Netzwerke nicht verpflichtet, überhaupt einen Empfangsbevollmächtigten in Deutschland zu haben und jetzt eben schon und das übrigens ist auch ein Teil des Netz-DG, bei dem eigentlich alle übereinstimmen, dass es sinnvoll ist. Also andere Dinge werden ja kritisiert, auch weil man eben sagt, es schränkt irgendwie Meinungsfreiheit ein oder es droht dann die Gefahr des Overblockings. Tut sie ja vielleicht auch tatsächlich in anderen Konstellationen, aber diesen Zustellungsbevollmächtigten zu haben, dass man also überhaupt erst mal rankommt an die Netzwerke, das sagt eigentlich jeder total sinnvoll. Was ja so super schräg war in diesem Zusammenhang und das beleuchtet ja gerade sozusagen hier den positiven Effekt des Netz-DG. was man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen musste. Der erste, also nachdem ich quasi alle meine Anzeigen gemacht habe und meine Anwälte eingeschaltet habe und so weiter, die erste Reaktion sozusagen, die ich behördlich bekommen habe, kam von der Regierung von Mittelfranken. Sehr geehrter Herr Gutjahr, wir sind bayernweit zuständige Aufsichtsbehörde für die Anbieterkennzeichnung des TMG, Telemediengesetzes, und eine Überprüfung ihrer Internetseite hat ergeben, dass im Impressum des Internetauftritts nicht alle gemäß Paragraf 5 TMG erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Sie müssen sich das so vorstellen, die Polizei einerseits zeigt sich tatsächlich sehr besorgt, mir gegenüber verlangt von mir, dass ich also quasi alle Sicherheitsvorkehrungen treffe, stellt mir sogar den Staatsschutz zur Seite, weil sie befürchten, dass irgendwelche Rechtsradikalen irgendwie meine jüdische Familie irgendwie zu nahe kommt. Und jetzt kriege ich als allererstes offizielles Schreiben, dann umgekehrt sozusagen die Abmahnung, weil ich meine Wohnanschrift aus dem Impressum genommen habe. Und dass Google, Facebook und Co. jetzt wenigstens auch eine Impressumspflicht haben beziehungsweise einen Ansprechpartner, an dem man sich hier in Deutschland wenden kann, das ist nun, finde ich, vor diesem Hintergrund doch wenigstens mal eine Errungenschaft. Ja, das muss natürlich etwas wie Hohn wirken, wenn man dann als erstes, also klar, die Impressumspflicht gibt es, man muss da eine Kontaktadresse als Betreiber einer Homepage hinterlassen. Aber kann man jetzt allerdings sagen, in deinem Fall hätte es pressierendere Belange gegeben, um die man sich behördlicherseits vielleicht erst mal hätte kümmern können. Nun ja, aber jetzt jedenfalls, das vielleicht gerade noch mal zum Abschluss. Und ich würde sagen, dann haben wir die Geschichte auch so ungefähr besprochen. Seit dem Netztege, also zum einen, es gibt diesen Zustandsbevormächtigten. Und es ist jetzt auch eher so, dass Dinge jetzt auch schneller gelöscht werden in deiner Wahrnehmung. Fünf Tage hat das gedauert. Wir haben auf einen Schlag quasi so viele Videos in Anführungszeichen unsichtbar, mehr passiert da nicht, für Deutschland unsichtbar machen können, wie die ganzen eineinhalb Jahre zuvor nicht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber er ist wichtig. Also dafür bin ich ehrlich gesagt, da bin ich nicht böse und auch kein Kritiker des Netzteges. Ich würde aber, ich finde es schade, dass es überhaupt sozusagen dieses Gesetz geben muss, denn freedom of speech und Meinungsfreiheit hin oder her, keine Zeitung, kein Verlag muss ja, wie soll man sagen, auch die Publikationspflicht oder so, die gibt es ja nicht. Ja, wenn die FAZ sagt, irgendwie ja, das ist zwar vom Grundgesetz gedeckt, wir wollen es aber trotzdem nicht drucken, dann drucken sie es nicht. Punkt. Und das heißt also, die Netze, Facebook, Google und so weiter, könnten sehr wohl eigene Hausregeln aufstellen, die genauso... Haben sie ja auch, es gibt ja diese Facebook Community Standards, nur dass es eben an der Durchsetzung, die relativ inkonsequent verläuft, oder auch teilweise eben... Naja, das stimmt so nicht ganz. Also die Hausstandards sozusagen erlauben zum Beispiel Hakenkreuze oder sie erlauben auch zum Beispiel jemanden ins KZ zu wünschen. Das ist durch deren Community durchaus gedeckt. Also wenn du das offiziell meldest, auch mit den Juristen, ich habe ja auch mit den Google-Juristen zu tun gehabt, sagen die, tut uns leid, das ist durch unsere... Das ist immer noch gedeckt durch unsere Standards. Also insofern, die könnte man ja, mal ganz unabhängig davon sozusagen, was ginge auch nach dem amerikanischen Recht, könnte man ja sagen, ja, wir wollen diese Kultur einfach nicht auf unserer Seite. So. Und warum das nicht gemacht wird, da kann man jetzt Theorien drüber aufstellen, die Google Deutschland wird es einem nicht sagen können, weil dazu sind sie nicht befugt. Aber das ist sozusagen so etwas, wo ich glaube, da muss man die in die Pflicht nehmen. Das ist mit dem Netz, die geht zum Teil geschehen, insofern noch einmal, ich kann nichts Böses, aber auch nichts Gutes über das Netz DG in diesem Zusammenhang sagen, außer, dass sie etwas halt tun, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wenn man so eine Macht und so einen Einfluss und so eine Reichweite hat, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung hat, vor allem, vor allem gegenüber Unbeteiligten oder den Opfern. Ja, ich glaube, das sind wunderbare Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, was, glaube ich, wirklich mal ganz plastisch vermittelt hat, wie unschön es einer eilen kann. Die meisten Menschen glücklicherweise finden sich nicht in der Lage, so sehr zur Zielscheibe zu werden, wie das bei Richard Gut ja der Fall war. Aber es kann eben passieren und dann hat das schon durchaus seinen Sinn, dass es eben auch Gesetze zur Entfernung solcher Kommentare gibt. Ja, lieber Richard Gut ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Grüße an alle Hörer. Ja, das war der Richard. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sind damit auch schon fast am Ende der Sendung angelangt, aber nur fast, denn ihr wisst ja, was immer zu guter Letzt kommt. Das gerechte Urteil mit einem Sachverhalt, den viele wahrscheinlich noch nachvollziehen kann. Es geht nämlich um eine Hausarbeit der Übung im bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene. Also ein Fall eines Jurastudenten, der sich ungerecht behandelt gefühlt hat und dagegen vor das Verwaltungsgericht Ansbach gezogen ist. So, und was war passiert? Er hatte eben diese Übung im bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene in einer, in einem Semesterferien geschrieben, sich offensichtlich doch einige Mühe gegeben, denn er hat die, die vorgegebene maximale Seitenzahl von 20 Seiten überschritten. Und zwar, also nicht formal. Also formal ja gerade nicht. Er hat 20 Seiten abgegeben, aber wie sich vielleicht der eine oder andere von euch noch aus Studienzeiten erinnern kann, gibt es da so verschiedene Tricksereien, die man manchmal zur Anwendung bringt, um den eigenen Text kürzer erscheinen zu lassen, als er eigentlich ist. Richtig. Er hat einfach den Seitenrand verkürzt. Also der ist natürlich ganz genau, wir erinnern uns alle, vorgegeben, ja, mit so und so viel Zentimetern am Rand und so weiter und Schrifttype, immer Times New Roman. Und das hat er einfach mal sich drüber hinweggesetzt, als er gemerkt hat, dass er irgendwie mit seiner ganzen Wissensfülle da mit diesem Platz nicht auskommt und hat einfach den Seitenrand verkleinert, hat gehofft, das merkt niemand, aber dem Professor kam es gleich Spanisch vor, hat nachgerechnet, die Textmenge umgerechnet und hat gesehen, dass der Student nicht 20 Seiten abgegeben hat, sondern tatsächlich 23 Seiten. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt irgendwie auch nicht sehr selbstverständlich finde. Offensichtlich waren auf diesen 23 Seiten nicht unfassbar viel Gehaltvolles dabei. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass wenn man nichts zu sagen hat, dann tut man es auch auf möglichst wenigsten Seiten. Naja, aber du weißt auch, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich kürzer gefasst. Also das ist ja mitunter auch eine Kunst, die eigenen Gedanken irgendwie zu bündeln. Absolut. Das erleben wir jeden Tag. Du hast total recht. Aber was macht also der Prof? Also er bewertet die Hausarbeit und macht einen Abzug für jede überflüssige, also über diesen 20 liegenden Seite. Seite, genau. Und das waren dann eben drei Seiten, also drei Punkte Abzug. Und da offensichtlich wenig Substanz in der Hausarbeit schon zu finden war, war die Gesamtnote tatsächlich null Punkte. Muss man auch mal schaffen. Muss man schaffen. Er hat auch schon die eine oder andere Prüfung in den Sand gesetzt, aber null Punkte waren nicht dabei. Und selbst drei, na gut. Ja, ja. Und dagegen hat er geklagt. Das ist ja eigentlich ganz lustig, denn tatsächlich müsste man ja sagen, also wenn du jetzt hier Erfolg gehabt hättest, wäre das Ergebnis unterm Strich immer noch das Gleiche, denn mit drei Punkten ist man ja bekanntlich auch durchgefallen. Er hat das aber irgendwie nochmal ein bisschen anders argumentiert. Er meinte eben, naja, also irgendwie die Bewertung sei generell so nicht zulässig. Man hätte irgendwie nur den Teil, beziehungsweise er hat halt in Abrede gestellt, dass dann eine Drei dabei rausgekommen wäre, obwohl der Prof das eigentlich recht klar gesagt hat und hatte aber damit auch nicht so den ganz durchlagenden Erfolg. Nee, denn das Verwaltungsrecht Ansbach hat gesagt, das alles liegt im Bewertungsspielraum des Professors und hat sich auch der Argumentation des Dozenten angeschlossen. Denn der hat nämlich gesagt, dass die prägnante und konzentrierte Präsentation aller im Sachverhalt angelegten Probleme auf einem begrenzten Platz ein wesentlicher Teil der Prüfung ist. Ja, also man muss auch schon bei dieser Prüfung unter Beweis stellen, dass man das nicht nur inhaltlich packt, sondern auch formell, dass man sich kurzer halten kann, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und auch das wird in einer wissenschaftlichen Arbeit abgefragt und wurde deswegen abgesegnet. Ich finde ja persönlich auch noch, also mal davon abgesehen, dass es offenbar, was den Inhalt betrifft, jetzt nicht so berauschend gewesen ist. Immerhin im zweiten Teil, übrigens, das fand ich einen schönen Hinweis, im zweiten Teil hätte es brauchbare Passagen gegeben. Das ist ein bisschen gönnerhaft. Es war viel Schönes dabei. Ja, genau. Stets bemüht. Ich finde es auch noch deshalb das gerechte Urteil, ganz ehrlich, weil es so blöde geschummelt ist. Ja, also wer macht denn den Seitenrand schmaler? Wenn überhaupt, dann verringert man natürlich den Zeilenabstand. Ja, und das auch nicht allzu sehr. Und wenn man die Arbeit digital abgeben muss, ist das leider auch schwierig. Dann kann der Prof das nämlich ohne weiteres nachschauen. Wenn man sie nur ausgedrückt abgibt, dann müsste er schon mit der Lupe und dem Lineal nachmessen, solange man es nicht allzu doll treibt. Aber den Seitenabstand, das sieht ja sofort jeder. Ja, aber bei der Schriftgröße würde ich übrigens auch nicht schummeln. Schummeln? Nee, weil die ist übrigens mit Times New Roman 10 Punkt auch schon relativ klein gewählt. Geringen tatsächlich, ja. Richtig. Also in der Kürze liegt die Würze. Das wollen wir jetzt auch für uns. Gelten lassen. Noch gelten lassen. Genau. Und verabschieden uns deswegen aus dieser Woche. Wie üblich mit dem Hinweis, dass ihr uns sehr gerne an fhzeinspruch.fhz.de oder auf Twitter. Dort findet ihr uns jeweils unter unserem Namen Feedback senden könnt. Und dass wir ganz besonders erfreut werden, wenn ihr uns auf iTunes eine Sternewertung hinterlasst. Genau. Und Sie können uns auch gerne einen handgeschriebenen Brief schicken. Auch das finden wir toll. Schon lange nicht mehr bekommen. Und dann belassen wir es dabei, wünschen eine wunderbare Woche und freuen uns auf den nächsten Mittwoch. Tschüss. In diesem Sinne. Ciao.